Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Survival-Projekt der Hobloks. Diesmal Folge 9. In der letzten Folge gab es ein paar Dinge. Es wurden einige Steuersachen gebaut, wo man Steuern zahlen muss. Zum Beispiel hier die Goldmine und so. Ja, dann schauen wir mal, was diese Folge so wird. Nichts. Was ist das jetzt wack? Ich habe nur so gut. Demkort übelst abgesoffen. Ich trete gerade die Wand dort drüben. Ich spreche einfach mal runter und dann wirst du von einem Möll verfolgt, ey. Das ist unglaublich. Oh, meinけど, das war toll, dass wir gridlockend machen, sondern wirst du. Ach, meinst du! Ach, das ist so. physisch. ein wenn ich noch mal morgen noch ein Leben ein Tüdel bist du Kollege ich krieg dich aus dem klaren Schlachtdächtigen die ich muss die Karte Wurz vom Wald gewollt angegriffen in der Hand in Ammo gesehen die Löst ich sage ich habe mit dem Pferd vom Klippespringen ich weiß und dass das Schaden das ist krass ich habe einfach bett nennen das Batman Pferd ich bin Batman uuuuuuuuuuuu das Bishpferd ich bin Batman Pferd das Fettensalat uaaa ich war fast hier runter gesprungen juuuuuuuh kommt doch Hadi so diese große Eiche die ging nicht los, die so große Baum, da hat aber 34 Holz gegeben Jo Jo B und die in Nord zweitens stehst du eigentlich meistens voll drauf ich stehe immer viel durch ähnliche Frache Ach was? Ja Ich habe aufgefallen, ihr habt ja noch gar keine Keuenschmiede Münzenschmiede Also wenn du Münzen machen möchtest ne Zähne immer benutzen und zum Stein kriegst du noch? Ja was? Na ich habe die Keuenschmiede Münzenschmiede Und wenn du die benutzen möchtest dann musst du 10 Stein zahlen Was ist jetzt damit? Was soll ich damit anfangen mit der Information? Was wenn ich die Keuenschmiede benutzen möchte Oh mein Gott Bro Oh hell now man what the fuck man Was ist jetzt mit der Keuenschmiede Du brauchst du halt einfach nicht? Ja Wo sie nicht so frech waren Ja 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 Schubert Schubert Du König Oder Schubert Wie siehst du das? Das ist doch komisch dazu Geil Was? Dass du der König bist Weg ich kann nicht wieder zum Namen machen Aber ich hab mal wieder mal gemacht Nein Nein Doch Sind ja auf einem Gebiet schon wort ich hab ja auch unsere Mauer gebaut Achso das Tor kommt wohl vom Arsch oder das oder die Brücke oder der Nee das ist das eh eine Tor habe ich gebaut und die Mauer zum Hauptteil Ja ich hab das ich hab die Brücke ich baue das Dorf ich baue im Walten Hafen noch Und ich bin mit zur Essensversorgung ich mach das Essen hier gerade Dann kannst du denen aber auch mal wieder was reinhauen Ja mach ich gleich Ja mach ich gleich Kann ich gerne gleich wieder machen Mir hängt manchmal das Innern mit drin Ein schweres Ne Ah, gleich bin ich bei der Lebensmittelkiste angekommen. Ah, Schubert, das wird langsamer, ne? Wie kann man denn, ach, hier kann man da hoch. Ah, hier ist auch Schubert, das geht wie es geil ist. Da ist ein anderes Zimmer noch. Weg. Welches? Da gibt es auch ein zweites Zimmer, das eingerichtet ist. Ja, ich weiß. Hast du da schon mal drin? Ach, sieht geil aus mit dem Bildschirm und so. Sieht geil aus, finde ich. Gefällt mir. Ich hab mal ne Idee, was schlecht bei den anderen. Ach, ich glaub so ne Pension, das ist einfach nur zu dick, ne? Ja. Wie ist es mit dem Bildschirm? Ja. Und jetzt Schubert langsam nimmt das, nimmt das Figur an. Warte, das ist, das sieht geil aus. Das sieht einfach aus wie ein Risikoheizklotz. Das sieht wirklich ziemlich geil aus. Zim, was machst du eigentlich gerade? Ich verschöner mein Land. Dein Reich verschönerst du? Natürlich. Was machst du denn? Ich bin kurz vor deiner Haustür. Soll ich den mal aufmachen? Hallo. Das sieht geil aus. Das ist ja alles drin. Wie machst du denn? Nee, warte mal. Und draußen steht noch die Köln-Dings. Was? Die Köln-Spiele. Münzenspiele. Was sind dir? Wo? Ich muss noch mal gucken, was man da alles machen kann. Ach, da kann man nur Münzen machen. Sieht da nicht schlecht aus. Was ist denn das hier drüben eigentlich? Was denn? Das hier. Das sieht das aus? Genau. Das hat keine Ahnung. Merkungs Bartosch Das sieht nylon aus. Sperr, des Schusses. Und jetzt komm mal wieder rüber. Ohest Du? Aber Mir fehlt dieses Krone-Scheiss-Zeug. Das ist mir nixный heraus, wie schmelt. Hallo. Ich kann mir mal ein Bild was zu essen machen. Geil, kann ich dir eigentlich gleich machen. Mal ein Bild Salat, wir müssen einfach mal runter werfen. Ja, das könnte ich gleich machen. Schwort, ich bin ein Narr, wusstest du das? Nein. Ah ne, ich hab doch ein Bild. Kannst du mal bei Q gucken, ich bin ein Narr. Jo, jo, jo. Oh, ich muss jetzt mal bei den Pflanzen abflangen, gell. Bist'n jetzt weg. Äh, oben, ja, ich muss grad mal Salat... Ne, was bist'n du jetzt? Was? Was ich es? Ne, was bist'n du jetzt eigentlich? Ich glaub, du bist kein Narr mehr. Wiss' ich grad gar nicht, was ich bin, oder? Ich mach grad dein Essen. Ich bin... Ich bin Königin. Ne, bleib mal dabei. So. Das gefällt mir nicht, obwohl es ist besser als noch. Oh, Alter, man kann sich die Bücherregale hier reinstellen. Ich bin so klein. Oh, Alter, du bist ein Meister. Ich bin so klein. Ist das hier. Ich bin so klein. Das ist mir günstisch. Ich bin so klein. Und da ist kein einer siehst du warum ich hab noch gar nicht die Bären Scheiße Schuppert Tim wie viel hast denn du? Bei was? Wie viel Bären? Bären? Ja Boah nicht so viel wie am Anfang Wie viel hast denn du? Wander ich hab noch mal alles reingelegt Wie viel hast du? Ich müsste davon noch mal ein bisschen paar Bären nehmen Weil das können wir keine mal anpflanzen Ich hab auch das in alle reingelegt Dann nimm doch davon einfach welche Das ist doch nicht so schlimm Ich nehme einfach mal 40 Weg ist reinsteigend schein Na ja dann müssen wir ja alles anpflanzen Joioi Wie geht das hier? Wie geht das hier? Ich blöde Hier kommt doch der Salat hin So Ich weiß grad einmal ob das reicht die 37 Äh die 40 Bären meinte ich Ich weiß ich sogar bezweifle dass die reichen Ne reichen nicht Zwei Fehlen noch 13 Na egal Ich sprich grad um Zeigst ja schnell Das ist ne geile Idee Da ist nämlich 4 von 20 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 Ich wirf dir mal welche runter Warte mal ich bin grad nicht dort Alter ich bin grad nicht dort Alter ich bin grad nicht dort alter ich kann Kupfer mit der Stolzpitz sie auch No das Wort und zum Grund hier ist das Boah, Alter, ich hab's nicht gemacht, danke ich schrei die Lieder schneiden die Lieder zu so 20 ich hätte es auch gesagt das war's mit dem Video ich höre es hat euch gefallen lasst gern Daumen nach oben und ein Abo da und wir sind es wie immer beim nächsten Video wieder.